Hast du 10 bis 5? 5,4,3,2 Na man Hab einfach geöffnet Jungs RONALDO MISSI EMPROPÉ PORTUGAL NEIN RONALDO RONALDO OH MY GOD OH MY GOD RONALDO OH MY GOD RONALDO KNOW DAS ERSTMAL IN DER GESCHICHTE VON MOABAS UTUBE CHANNEL das heftig aber auch ein bisschen spielstil abhängig da bitte ein clip davon das war du hast ja so gebumst war das richtig ausgesprochen google die spiel vom gegner noch ausbaufähig meins aktuell auch sein sehr defensiv geführte geführte spiel aktuell was jetzt abseits mit der welt was hat er gerade gewissen und muss er hier in den playpix sieht geht so schlechter hier ja moin besser als irgendwelche top 100 juts krass gg wieder was hat es dort ist gold 1 oder gold 2 oder was hattest du 91 und 88 ist das jetzt mit der stimme so besser ich hätte es leiser gemacht lol dicker oh mein gott kippt das bitte kippt das was soll das alles klar jungs danke für den tipp mit mit der schuss täuschen in den stand bei der eigenen eck fahre das ist ja nicht angreifen ich habe einen moment ich habe einen moment ich habe einen moment ich habe einen moment wie verdreht sein wie verdreht sein wie verdreht sein wie verdreht sein sooo leiserlich genau im richtigen moment gestört und dann kommt eben dieser fehler dieser entscheidende fehler dick drückst du ja jetzt jetzt er hat gemusst und ich treffe es geben wir mal ganz schnell ich habe nämlich rot getroffen und habe den reingeschossen ja gut das darf zum beispiel auch nicht passieren ja sage ich jetzt auch ganz ehrlich der ball darf nicht reingehen ich treffe halt rot so ich mache es halt schlecht das time finish dann muss ich dafür bestraft werden dass der ball nicht reingeht versteht ihr was ich meine wir können mbappé ziehen wir können schon ziehen messi ronaldo machen wir einfach auf am ende kommt eh nix so ab und fang oh mein gott mbappé oh mein gott mbappé mbappé oh mein gott ja bist du so ho dinge ich habe es doch gesagt ich habe es dir geübt ich habe es doch gesagt was machen sachen pa einmal clip medi hast den gesehen bruder nine e oder w oh w w it's over guys it's over also Jumbo-Selten-Spieler-Pack Hau raus Ein Walkout Möchte ich auf jeden Fall haben Aus den beiden Packs Der ist auf jeden Fall Ein Board-Spieler Das hätte ich jetzt auch Nicht anders erwartet Walkout direkt Komm Waits Das dürfte Bale sein Nein Nein Oh mein Gott Icon Lul What the fuck Wir ziehen Ryan fucking X Eder Militao Ich schwöre Wenn ich dich Ohne Scheiß Irgendwann Am Ende von FIFA Dieses Jahr Erinnert mich bitte dran Werde ich alle meine Münzen Ich werde alles verkaufen Wenn ich es nicht mehr zocke Nur Eder Militaos kaufen Und alle abstoßen Digga Ist das eine ekelhafte Hundekarte Mann Eder Militaos Wenn es nicht mehr zocke ich hin Und alle abstoßen Und alle abstoßen Und alle abstoßen Eder Militaos Und alle abstoßen